So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Oh mein Gott, das war glaube ich verdammt laut gerade. Ähm, diesmal sind wir jetzt endlich den Klickern da entkommen im Bahnhofsgebäude, was auch immer das darstellen soll. Und werden uns nun, wie wir hier sehen, weiter durch die Stadt schlagen und versuchen, das Couch arme Mädchen in Sicherheit zu bringen. Sind alle okay? Natürlich sind wir alle okay. Was geht denn mit dir ab? Hallo? Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und das hält nicht ewig. Falter Knopf. Falter Knopf. Ah, richter Knopf. Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Da lang? Gut. Na dann. Lasst uns da durchgehen. Lasst uns da durchkämpfen. Wie kommen wir über diesen Truck? Mal sehen, ob wir was finden. Mal sehen, ob wir was finden. Was? Bist du des Wahnsinns? Wo willst du hin? Da unten ist nichts mehr. Na gut schon, aber nichts, was wir alle sehen wollen. Da lang? Das ist echt irgendwie ein bisschen beschissen bei dem Spiel. Auf gut Deutsch. Weil du auch keinen Plan hast, wo du eigentlich lang sollst. Weil dir auch niemand etwas sagt. Die läuft jetzt wahrscheinlich nur ein bisschen blöd im Kreis. Was geht denn hier, ihr Leute? Ja. Ah, da ist doch ein Weg. Oh mein Gott. Ist das alles so komisch? Da sind sogar drei. Scheiße. Das sind doch keine Klicker, oder? Na dann. Okay. Die bemerken mich nicht mal. Natürlich schön, wenn die uns nicht mal bemerken hier. Dann kann man das nicht einfach so durchmarschieren und nichts passiert. Die Box ist jetzt kaputt. Oh, falscher Knopf. Alter. Uh, wo ist der Kopf hier hin? Okay. Sie sind neu infiziert. Wurden gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Gut erkannt. Okay, dann mal los. Wahnsinn. Oh, wiegt ja nichts das Ding, ne? Zack. Schauen wir mal drüber. Was haben wir denn da? Hallo? Klettert hoch. Also, mein Assassin's Creed-Gespür sagt mir da. Ist nix. Ha. Seht ihr? Habt doch gesagt, hier ist einfach gar nix. Ah, ja. Das ist gut. Zieh, 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 zieh. Unter Licht. Alter. Auf einmal kann er ziehen, ne? Auf einmal kann... Oh, Gott. Ah, ganzer Haufen, ne? Ach ja. Eklig. Ist ja nix. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Ja. Das frage ich mich auch. Wie wollen wir hier wieder... Ah, die Dorn, Tür. Und hier eine Waffen an einer Werkbank. Oh, Waffen modizieren. Kann ich überhaupt irgendwas modizieren? Blöde Palme hier steht mir in meinem Bild. Nachladetempo. Schon noch gut. Magazinkopazität auch. Ganz wichtig. Was ist das? Du warst schwach. Egal. Warum benutze ich eigentlich in der Wolve? Okay. Ja, ich nehmt, das ist die Hau. Automatik läuft. Lauf, Bro. So. Was erzählt denn ihr da die ganze Zeit? Wo lauft ihr nur rum? Kommt schon, lasst es mal rausgehen hier. Ist da jemand? Oh, Munition. Ist da jemand? Ist da jemand? Ist da... So, ist ja gar keiner. Ach, Schubladen. Schubladen, Schubladen. Wichtig, wichtig. Warte mal, hier eine Schere. Bisschen Wasser. Oder Alkohol vermutlich. Warte mal hier. Nix. Schön. Das hat sich gelohnt. Warte mal, hier drin. Hier haben wir auch nichts. Ah, hier kommen wir her, oder? Oder irgendwie sowas. Kommen wir hierher? Ja, sieht so aus. Ah, hier kommen wir hoch. Genau, gehen wir hoch. Aua. Warum sagst du au? Ich bin hier gerade runtergestürzt. Tess. Komm, bleib da bei mir. Hallo? Was ist das hier? Ein altes Museum. Manche Sachen hier sind jahrhunderte alt. Wirklich? Ach, Sch... Oh, Klebeband, Schere. Können wir ein Messer bauen. Ich hab zwar gerade gar keinen Plan mehr, weil es schon eine kleine Pause her ist. Kommen hier. Okay, aufpassen, schnell. Los, 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 los. Ja, genau, geht ihr durch. Lacht mich jetzt rum. Ich lebe. Ich werde außenrum gehen. Tess. Nein, nein. Scheiße. Das hört sich nicht gut an. Tess. Oh, mein Gott. Ja, das war dann mal doch ein Klicker, ne? Ein kleiner Klicker. Oh Gott, was ist das alles Klicker? Tatsächlich. Der Scheiße. Das sind ja alles Klicker hier. Hier kommen wir nicht rein, ne? Ich muss irgendwie da reinkommen. Alter, was ein Haufen Klicker. Ein ganzer Haufen Klicker. Tess. Tess. Scheiße. Ja. Scheiße trifft's ganz gut. Wo ist denn die gute Frau? Mal gucken, wo man die Messer wieder herstellt. Oh ja. Gib mir die Schere her. Mir läuft schon der Angstschweiß von der Stimme. Das ist kein Witz. Ich schwitze gerade wirklich wie eine Sau. Ähm. Nein, kein. Medikit hätte ich. Was bringt mein Medikit? Doch, ne Pistole. Das ist das. Ja, Taschlamm bleibt auch mit Sicherheit an. Oh, ne Schere. Gut, dass man die auch mal findet. Das ist natürlich sehr praktisch. Ähm. Ja. Okay. Nein, da war's auch nicht. Hier war's. Ja, genau. Messer. Ich halte noch Messer herzustellen. Eins. Zwei. Messer ist gut. Messer ist gut. Ah. Ich weiß nicht, ob du so schlau ist, mit dem Messer die Tür zu öffnen. Nimm ich allen Messer weg. Oh mein, jetzt so. Aha. Aha. Ui, er hat. Was war das? Da sind Klicker, da sind Klicker. Ich weiß nicht, ob er irgendwie muss ich mal ganz trocken sagen. Sind das einfach, ähm, zu viele Klicker, oder? Leute. Vor allem frage ich mich gerade echt, wo die hingerannt sind. Also das ist nicht die Klicker, sondern das gute Mädchen. Auf die wir aufpassen sollten. Auf die wir aufpassen sollten. Okay. Kommen wir hier irgendwo raus. Ja, klasse, kann ich ja eigentlich nur... Die umlegen, aber das ist ja eigentlich Schreiner-Selbstmord, ne? Aber sobald ich schieße, hören die alles. Können's mal probieren, wenn nicht. Gut. Na, ich muss ja hier rüber. Vermutlich muss ich die Säcke töten. Damit die vermutlich wieder auftauchen, dann auch. Es ist halt nur die Frage, ob ich die... ...mit einem einfachen Headshot töten kann. Ich meine, ich hab 19 Schuss. Das ist schon mal... Andererseits habt ihr in den vorigen Folgen gesehen, dass meine Kugeln... ...nicht gerade so zielstrebig sind. ...nicht gerade so zielstrebig sind. Und... ...nicht gerade so zielstrebig sind. Auf der Speicher-Karte sind nur 17 Minuten Platz. Insgesamt. Naht, 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 die Sau, naht! Bazinga! Okay, naht, naht, geht mir viel. So. Wow. So. Nun haben wir die Säcke getötet. Und jetzt... Wenn's jetzt in dieser Tür drin sind. In dieser Tür. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Oh nein. Das Licht, das muss anbleiben. So. Hier drin werden sie sein. Aber das Ganze... ...würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut und haut rein! Also, das wird ein wunderschön. Untertiteln. Dort court.